So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Best 3 mit dem Wilms. Wir sind aufgehalten worden. Wir waren eigentlich so voller Elan und haben gedacht so, jetzt schaffen wir es, das Spiel noch durchzuspielen. Nein, wir sind eigentlich in den Fahrstuhl rein, liegen hier, da habe ich hier unsere Fahrstuhl gefahren und dann habe ich zugemacht und dann ist es abgestürzt. Ja, das war eigentlich passiert, bis letztes Mal. Und jetzt funktioniert es wieder, hoffentlich mal. Ich hatte ein Problem mit dem PC, da hat irgendwie alles nicht so richtig gewirkt, da war ich angepisst und dann ist es schon wieder ein Gegner, was ich auch nicht gut finde. Ich musste übrigens auch schon wieder ein Stück weiterspielen. Back mit dir. So, ähm, während mal die kleinen Mistflücher hier kommen, können wir mal ein bisschen kratzen. Ah, jetzt haben, ja, ja, okay, vielleicht werde ich euch nicht quatschen. Ähm, was haben wir vor? Ich gehe jetzt mal vom Kopf runterkriegen, das ist jetzt mal mein Ziel. Das haben wir somit geschafft. Immerhin. Oh, ich nehme. Oh, ich nehme mehr. Mann, ich hasse so eine kleine Mistflücher. Das ist doch, man, warum? Kommt doch alle her. Komm, ich mache mich alle fertig. Die Fähre sind. Hör doch mal auf jetzt. Das ist doch für Eis nicht mehr ernsthaft jetzt. Das gibt's doch wohl gar nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Mann, ey, so eine Scheiße. Wie fängt denn das schon wieder an? Das gibt's ja wohl alles gar nicht, ey. Da kommen hier so 300.000 Viecher um die Ecke, oder was? Ich schnetze mich hier mit nur Schlägen durch. Ich war gerade geflasht. Ich konnte nicht erzählen. Fuck, Viecher, ey. Da kannst du nur ein Rindrücken, ey. So scheiße Mistkröten, ey. Alter, Kacke. Wenn ich nochmal E sage, dann wird's nicht besser. Munition, ey. Okay. Das ist gar nicht mal so schön gewesen der Anfang jetzt hier. Aber mal gucken wir mal kurz mal rein, was wir alte gekriegt haben. Und das sieht eigentlich ja wieder ganz gut aus. Die haben uns ja ganz gut, was sie geben. Das erinnert mich ja so spontan an Silent Hill. Aber okay. Was haben wir eigentlich vorgehabt? Ach, die Rosette, ne? Rosette H. Die hatte irgendwas... Irgendwas hatten wir damit vor. Ach, die müssen wir zusammensetzen. Kann das sein? Hier ist noch ein Bild. Ja, sieht man ganz klar. Hier sind die Knochen gebrochen. An der Stelle hier oben. Und da. Und ja. Das ist jetzt nicht so wichtig. 60. Das sieht schon wieder so rätselmäßig aus. Während hier nochmal die Gältenbilder rumhängen. Da was von Rosette H. ist. Hier ist es zum Reinpacken. Und hier ist noch ein Auditor. Und hier liegt noch ein Munitionsclip. Das kann man auch noch mitnehmen. Und die Auditor abspielen. Und los. Abspielen. Dr. Das scheint irgendwie... Es muss alles Null stehen, so wie ich das sehe. Damit das Ding hier durchfahren kann. Durch das Erste. Durch das Zweite. Und hier durch das Dritte. Der war auch was gehört gerade. Wer wäre da beobachtet? Ähm. Oder zumindest auf 180, ne? 90 ist schon mal scheiße. Aber wir sind jetzt hinten. Hinten ist jetzt richtig. Aber hier vorne. Wir bewegen immer nur die ersten zwei. Okay. Was ist, wenn wir das jetzt... Das ist ja gar kein Sinn eigentlich. Guck mal. Alles Null. Liegst du? Ich hab's gar nicht gewusst. Mit meiner unendlichen Weisheit hab ich's gar nicht geschafft. Kein Problem für meine... Für mein Skin Level. Äh... Skin Level? Wo ist denn hier der komische... Der komische Lüfter, den ich suche? Ach, da hinten. Schnell mit, bevor wir gegen den Gegner kommen. Ich hasse das, wenn's passiert. Wenn ich irgendwas rumtreppe... Rumtreppe. Rum... Schleppe. So, wer geht dem Scheiß? Na klar, na klar. Ach, hier geht's weiter. Okay. Das ist ja mal schon mal fast schon... Fast schon gut. Oh. Bisschen Rotlichtviertel. Da ist eine Schlüsselkarte gefordert. Der hat Kaserne. Wir sind aber da lang. Nee, nee, nee. Komm. Abfahrt. Portafil gespeichert. Das ist schon mal sehr gut. Uh. Ui. Ich mach mal auf und davon. Mein kleines Quiz, Isaac. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Irgendwohin? Ähm, können wir hier eigentlich das Ding aktivieren und unseren komischen hier Gas? Ah, natürlich nicht. Ah ja, okay, okay. War klar, dass es nicht so einfach ist. Hinten wir noch eine Platine, die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich kann aber kurz gucken, ob ich irgendwas im Inventar hab, was ich jetzt mal kurz verwenden kann. Das hier zum Beispiel ist dann gar nicht schon die Platine, denn die Platine, hab ich Plakette gesagt? Ich weiß es nicht genau. Plakette meine ich natürlich nicht, meine Platine. Auch eine ziemlich gute sogar. Aber bevor ich jetzt mal weiterlaufe, soll ich mich konzentrieren? Das ist nichts mehr. Vielleicht vorher konzentrieren und gucken, ob hier nicht irgendwas an der Wand, an der Decke, auf dem Boden. Das ist nämlich sehr ungeil, wenn die, wenn die uns hier erwischen. Meine Macht, eine Menge Schaden. Ich hab das jetzt... Okay. Ich hab gedacht, ey, das kann ich vielleicht noch dran. Aber hat natürlich nicht geklappt. Ach, komm. Den hab ich auf die Hände sofort gesehen. Jetzt mal ernsthaft. Ich sag mal dir. Ob ich mich beeilen sollte? Ja, war. So. Ich muss jetzt sagen, hier bin ich ein bisschen nervös, weil ich kann nicht so... Irgendwie hab ich mal Angst, dass da irgendwas gegen die Scheibe klatscht. Versteht ihr, was ich meine? Das wär irgendwie nicht so schön. Dann würd ich mich richtig erschrecken. Aber da kommt man erstmal durch den... Letztes Mal könnt ihr mal gerne nochmal ins Video gucken. Da konnte man glaube ich nicht durchgucken. Und da war ich dann echt so... Da war ich kurz ein bisschen nervös. Da konnte ich nicht so viel sagen, das weiß ich noch. Da hab ich mir richtig... Da hab ich mir richtig... Ja, ich hab Angst gehabt. Muss ich ja mal ernsthaft zugestehen. Was ist das denn hier? Zwei Clip, ein, zwei Rater. Dann kann man noch ein bisschen was Besseres machen hier. Schaden und Clip. So, zack. Schaden und Nachladen. Schaden und Clip. Mal hier Schaden mal reinhauen. Ein Schaden hat das nur. Aber, naja, Clip... Na, komm, machen wir mal. Feuerrate plus eins. Da fällen wir glaube ich schon noch was Besseres. Gucken wir mal hier bei Schaden. Minus. Ne, Minus wollen wir nicht. Nachladen. Nachladen plus Clip. Oh, das sieht super aus. Schaden, Nachladen. Nachladen, Schaden. Guckt euch mal an jetzt hier. Das obere Tool Schaden voll. Untere Tool Schaden voll. Ja. Und das ist allgemein. Die Waffe ist perfekt. Ich weiß nicht, was man mit was anderes zocken soll. Ich find die Waffe einfach was geil. Komm, wo schau' ich noch eine her? So. Einfach, find die einfach was geil. Muss ich ehrlich zugestehen. Huch. Das kann ich so richtig nicht sehen. Ja, doch. Da können wir mit anfangen. Komm, komm mal ruhig. Ey, machen wir nicht so einen Krach hier. Komm, wir mit an... Komm... Wie gesagt, machen wir nicht so einen Krach hier. Hier ist nix mehr. Können wir doch nochmal drehen. Ne, können wir nicht mehr drehen. Gehen wir mal weiter durch diese ätzenden Teile. So. Oh, hier ist ein bisschen Graffiti rumgeschmiert. Selbst hier gibt's Graffiti-Sprüher. Naja, gut. Was immer ist das, ja. Ach, ich bin schon wieder, ey. Ach, nee, komm. Das ist doch... Das ist doch scheiße. Von hinten, das ist doch dumm einfach. Dumm ist es. Mann, hier ist ein Dreckspiecher, ey. Komm, mach doch mal hier Abfahrt. Abflug. Mann, das ist doch scheiße, ey. Das ist eine Rotze. Kacke, ey. Ja, ich kriege auf der rum. Ich bin kacke. Das ist einfach unfair, ist das. Ja, dann nehm ich was, wenn ich weiß. Mann, das ist nur schnell. Wie kannst du damit doch nicht ermischen? Mann, jetzt wird er mal auf, hier mal rausgekommen. Wir haben ein Mistkacke, ey. Das ist doch scheiße. Jetzt geht doch mal weg, du Mistkacke, ey. Ach, nee, das ist überhaupt nicht schön. Ja, super. Ach, ihr seid ja so ne Hellen, ey. Ihr seid ja so ne Hellen. Kacke, ich ja eigentlich. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ich fall hier runter. Ich komm zu 1000. Weg mit dir. So, jetzt haben wir endlich mal nicht mehr im Moshkreis. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Daher nehmen wir uns in der Zange und greifen uns von überall an hier. Aber dafür gibt es halt eine ganze Menge. Das ist schon mal... ...wann nicht so schlecht. Ich hab gedacht so, wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen flüchte, passiert mir nix mehr. Fehlanzeige hat natürlich nicht geklappt. Ist natürlich genau das Gegenteil passiert. Ist halt enger Raum, hat uns eingekesselt. Alien-Artefakt. Und Pam, war mal weg. Was denn eigentlich hier schon wieder ausgestellt? Ich mein, das ist schon wieder... Wie heißt das Ding? Körperwelten. Oder was? Dr. Earl Serrano, Status-Update. Komm. Ich bin heute der Überzeugung, dass dieser Planet einst ein riesiger Ozean war und ein plötzliches Ereignis blitzte, der alles im Eid einschloss. Das ist ja ne tolle Geschichte. Okay. Ja, die kann man mal gut werfen. Oder auch nicht. Die kann man nicht werfen. Ist ja auch interessant. Ich glaub, hier geht's gleich hoch weiter. Aber erstmal muss ich das... Die... Das Rosettenteil... Rosetta-Teil... Ich glaub, ich sag's zu oft Rosette, ne? Äh... Das Rosetta-Teil... Hier mal einfügeln und... ...losschicken. Jetzt mal gucken, ob ich nacheinander... ...habe ich so. Okay. Ah, ich seh's. Mann, die wissen auch nicht mehr, was das Zurenen haben war. Weil das ist das... Ach, weiß ich nicht. Das ist einfach bloß ein Füller-Scheiß, der einfach nur noch nervig ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, nee. Hör da auf, geh jetzt hier. Was kommt denn da alles raus aus dem, Mensch? Was gehen wir, wo ich drauf schieße, da hin? Der legt sich unten kacke da. Die Krammeln da hin und her. Aua. Arsch. So. Nee, das war nichts. Okay. Zwei Gegner haben dich verzehnfacht anscheinend. Kamen eine ganze Menge raus aus dem. Dann geh ich wieder aufladen, damit ich wieder schon... ...schön auf die Schnauze kriegst von dem. Kotzt mich an. So, Munition-Clip. Alt-Matter ist wieder am Stissel. Und eine rollende Drehtür. Warte, rollende Drehtür? Eine Drehtür reicht, glaube ich. Prost, lieber Willi. Ach, komm. Ich wollte gerade sagen... Oh, nee, auch noch so eine Sneaky-Mission, oder? Das ist nicht euer Ernst. Äh. Äh. Scheiße. Warte, das ist ja... Was? Wo haben die mich denn jetzt gesehen? Was soll das denn? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Wollt ihr das jetzt machen? Muss ich mich jetzt verstecken, oder was? Ach, das... Mann, ey. Weißt du, ich versuche, das Spiel zu mögen, ja? Aber ihr macht's mir immer schwerer, wisst ihr nicht? Ich muss da alles versuchen, um den aufzuhalten. Also, wenn ich verglater my致... Ich muss umappart er, Bin, ja. Das, wer ist ganz красmark Woods. Ich muss mich das